Der Verband Oberrheinischer Narrenzünfte ist ein Verband von Narrenzünften der schwäbisch-allemannischen Fastnacht in Baden. Der VON ist nach der VSAN der zweitälteste Verband von Narrenzünften. Er wurde am 1937 in den Harmonieselen in Freiburg gegründet. Von 1948 bis 1954 hieß er Verband badischer Narrenzünfte. Aufbau und Tätigkeiten Die Mitgliedschaft des VON ist, wie die Fastnachtstradition im Verbreitungsgebiet, vielgestaltig und reicht von kleinen dörflichen Narrenzünften mit einer einzelnen Hesträgergruppe bis hin zu städtischen Dachverbänden wie in Emendingen, Freiburg, Einfelden, Schopfheim, Tottenau, Wehr, Weil oder Zell im Wiesenthal, die ihrerseits viele Narrengruppen und Klicken umfassen. Der Verband ist in Form eines eingetragenen Vereins organisiert. Geschäftsführender Vorstand ist Klaus-Peter Klein aus Wall am Rhein. Der Verband teilt sein Verbreitungsgebiet in sechs Wugtheien ein Ortnau. Nördlicher Breisgau, Elstahl, Freiburg, Mittlerer und südlicher Breisgau, Hochschwarzwald-Alpgau, Dreiländereck. Punkt. Die Wugtheien und der Gesamtverband veranstalten regelmäßige Narrentreffen. Die Verbandszeitschrift Oberrheinischer Narrenspiegel erscheint zweimal jährlich. Der Verband betreibt das 1976 eröffnete Fastnachtsmuseum Oberrheinische Narrenschau in Kenzingen. Mitgliedszünfte. Einzelfiguren werden in der Tabelle kursiv dargestellt. Einige Zünfte weisen über die genannten Figuren hinaus Zunftfiguren wie Narreneltern, Narrenbüttel, Phasendausrufer sowie Zunfträte, Elferräte. Tanzgruppen ist Theatergruppen von Fahrenzüge, Guggenmusiken, Narrenkapellen und andere Musikgruppen auf. Die angegebenen Gründungsjahre beziehen sich auf die Gründung des heutigen Vereins. Oft sind einzelne Narrengruppen älter oder jünger als der Verein.